Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast auch einer Nice Hölle Scheiß Camper hier Guck hier nochmal, haut der rum hier So, zwei oben auf jeden Fall Jawoll Achtung, Drohnen treibstoffe Das ist ihre Claymore So, haben wir gehobert? Sehr gut Ich werde nur bloß hier rauskommen, oder? Ich werde nur bloß hier rauskommen, oder? Feindliches, persönliches Radar online Keiner nur hoch? Nee Schade Andere Seite hier, oder was? Tja, wo sind die? Geil Das sind ja richtige Schleicher hier, wa? Na Das fehlte ja noch hier Da geht die Party ab, da geht die Party ab Wir haben was ist hier In deinem Mund Boah, der ist so hoch geschafft Kontakt Da! Es bewegt sich was! Ich wusste es! Ja, wollen wir mal in so einem Spaß hier haben Mitten in unserem Flieger hier 5, 4, 6, 1 Am Start hier, wo sind die jetzt? Jetzt hab ich euch Jetzt hab ich dich Oh, hier hinten sind die Wow Nee Nee, nicht so leicht, Jungs Nicht so leicht mit mir ja nicht schlecht nicht schlecht abgeräumt bisschen war lass uns mal so machen wenn die da hinten sind ich denke mal bestimmt hier in dem haus war oder einfach markieren da ich hab ich ja gelügt nicht schlecht nicht schlecht die kämpfen anscheinend und jetzt sind die wahrscheinlich andere seite war hundert prozent königstöter scheiße mir gestorben ist da bewegt sich was keine gnade jungs keine gnade hier sind einige rausgegangen auf jeden fall drei spieler sind rausgegangen ok munition gut versorgen hier zwei idioten laufen in die richtung zu spät die drei locker mitgenommen versorgen dieser ist unterwegs ach naja Feindliches Persönliches Weniger als eine Minute Wir haben es fast geschafft Bringen wir den Sieg nach Hause Komm, nimm den Kopf wieder da raus Jawohl Jawohl Sorry Ich weiß, dass die Waffe echt scheiße ist, aber Das ist nun mal so eine Oberwaffe Die ist echt okay hier im Nahkampf Meine Ernste Ein Ding hier liegt da Feindliche Drohne online Nice Wir haben den in den Arsch getreten Hör auf Ich wurde in den Arsch getreten 7,25 Nicht schlecht Toll geschossen, das klingt auch gut Das ist sehr gut Wann wir uns an Bis zum nächsten Mal Sch Ich 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 Vielen Dank.